Das Institut der Bauwirtschaft ist seit über 50 Jahren ein wichtiger Faktor in der Aus- und Weiterbildung, in der Forschung und auch in der Beratung. Und daher sind wir natürlich eine gute Schnittstelle, um einem Softwareanbieter Informationen zu geben, die nötig sind, um eine adäquate Software zu programmieren. Ja, der Reiz ist natürlich, irgendwo die Messlatte im Bereich der Software für diese Industrie weiter nach oben zu legen. Also etwas zu schaffen, was natürlich besser ist, spezifisch in diesem Bereich Controlling, als das, was im Moment am Markt verfügbar ist. Die Bauwirtschaft hat einige spezifische Ausrichtungen, die im Controlling wichtig sind. Technik und kaufmännisches Denken muss verbunden werden. Damit die alle miteinander gut kommunizieren können und gute Informationen haben, ist ein Controlling-System einfach wichtig. Und da war unser Ziel, dass wir den Unternehmen ermöglichen, nah am Markt zu kalkulieren, dass sie wirklich Preise kalkulieren können, die dann auch marktfähig und auch für sie tragfähig sind. Die Krux ist immer, den Auftrag abzulehnen, der sich nicht lohnt, und den Auftrag anzunehmen, der sich lohnt. Und durch gute Kalkulationen, durch gute Tools kann man das sicherstellen. Die Dashboards liefern eine konzentrierte Übersicht, individualisierbar, über die wesentlichen Kennzahlen des Unternehmens. Sie ist sehr einfach zu bedienen und sie ist außerordentlich schnell, extrem schnell. Da könnte man durchaus behaupten, wir gehören mit zur schnellsten Controlling-Software am Markt, innerhalb der Bauindustrie. Ich bin die Ansprechpartnerin seitens des BWI-Baus und freue mich dann natürlich auch von den Unternehmen kontaktiert zu werden. Wir können jeden Baukontenrahmen implementieren, sodass wir uns wirklich auf die bestehende Controlling-Struktur von dem Unternehmen beziehen und diese abbilden können. Und im nächsten Schritt gehe ich dann in die Unternehmen und schule alle Mitarbeiter, sodass sie auch alleine mit dem System dann gut zurechtkommen. Ein großer Vorteil ist, dass die Anwendung browserbasiert ist, sprich es ist keine lästige Installation notwendig. Und dadurch, dass die Anwendung im Browser läuft, ist sie auch auf jedem beliebigen Endgerät, wie beispielsweise dem Tablet, nutzbar. Wir haben viele offene Schnittstellen, sodass wir auch mit anderen Bausoftware-Lösungen kompatibel sind. Vorteile sind wirklich, dass unsere Lösung revisionssicher ist. Man kann damit arbeiten, ohne so schnell Daten zu verändern. Unser Ziel war es, die Sprache des Baus irgendwo abzubilden und die Bauwirtschaft hat es einfach verdient, eine eigene Lösung zu haben, die eben auch wirklich auf sie zugeschnitten ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020